Hey, ich bin Amara und ich mache meine Ausbildung bei der CommaTec Reduction. Hi, ich bin Lena. Ich bin seit zwei Jahren bei der CommaTec und mache meine Ausbildung als IT-Systemkauffrau. Der respektvolle und lockerer Umgang macht das Dasein als Azubi sehr einfach. Direkt am ersten Tag konnte ich mich voll integrieren, habe vernünftige Aufgaben bekommen. So sei es anspruchsvolle oder einfache Aufgaben. Ich durfte direkt am Meeting teilnehmen und meine Beiträge dazu geben und ich wurde sehr ernst genommen. Ich finde echt cool, dass das Büro in der Hamburger Speicherstadt ist, weil ich jeden Morgen über den Wandrammsteig zur Arbeit komme und zu jedem Feierabend gehe und immer einen wunderbaren Ausblick auf den Hafen und auf die Sonne habe. Wir befinden uns hier im Showroom der CommaTec Reduction. Von Anfang an hat mich das Innovation Center total begeistert. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, mit uns zusammenzuarbeiten, melde dich doch bei uns. Bei uns. Bei uns. Hab ich doch gesagt. Ja, ich wollte nur ein Schlusswort. Bei uns. Bei der CommaTec. Das schneidet ihr bitte raus. Bei uns. Bei uns. Bei uns. Bei uns. Bei uns. Bei uns. Vielen Dank.